So, wir fahren dann jetzt gleich auf die IC nach Frankfurt und dann schlappt der Eilat. Und dann geht es dann weiter nach Norwegen. Gute Fahrt, ne? Ja, gute Fahrt. So nach 4.00 Uhr kommen wir jetzt der Zug eingefahren, der ICE. Jetzt nach München fährt der. Ja, da kommt er. Ob der, ob er bei Zeit gelogen ist. Wagen 21. Wagen 21. Man sieht nichts. Was ist das denn? Um ein Schuss Reisdorf, das letzte für heute. Meine Damen und Herren, wir reichen Frankfurt Flughafen Sternbahnhof, Ausstieg in Fahrt Richtung Hesse. Sehr gesund hier. So, wir gehen jetzt Feuer! So, wir sind jetzt hier in der Economy-Abteilung. Ja, das ist gleich wie die Hose tüten. Ja, jetzt gleich gibt es einen Security-Check. So, was hast du eben getestet? Ich hab dich ja gefilmt. Und einen alten irischen, ne? Das ist auch was irisches hier, ne? Ja, gut. Das ist was schottisches. Merkst du was? Ja. Ja, das ist jetzt die Vorderung. Ja. Ja, da sind Sie responsabler. Ja, ja. Ja, ja, das ist ja. Ja, das ist ja nicht die Hose. Ja, wir haben jetzt die Hose. Ja, das ist ja nicht die Hose. 45 Minuten Spannend, ne? Darf ich Sie nun bitten, sicherzustellen, das schwere Zahngebäck unter dem Vordernsitz verstaut ist, Ihre Sicherheitskurze fließend festzuziehen. Ganz toll, ganz toll. Das ist die Führung des Ministeriums. Das ist die Führung des Zahnseins. Das war jetzt so. Bis die Handschallzeichen über Ihnen ausgeschaltet wurden. Kapitän Buschler und die Besatzung danken Ihnen, dass Sie heute Lufthansa Star Reins gewählt haben und verabschieden sich jetzt. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend hier in der Stadt oder aber eine sichere und komfortable weitere Reise. Auf Wiedersehen. Wir wünschen Ihnen, dass Sie heute Lufthansa Star Reins ist. Mein Langlauf ist groß und geil. Ich mache mich ja an, hier ist ja warm. Woher laufe ich jetzt hier los? Hier ist ein Fisch. Hier ist ein Fisch. Wir haben jetzt einen Fander. Wir haben jetzt einen Fisch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020